Günther Jauch, eine der herausragenden Persönlichkeiten des deutschen Fernsehens, hat mit einer langen und erfolgreichen Karriere im Bereich Programmgestaltung einen tiefen Eindruck beim Publikum hinterlassen. Allerdings verlief sein Leben nicht immer reibungslos. Kürzlich stand Günther Jauch vor einer schweren medizinischen Herausforderung, einer schweren Ohrenentzündung. Dies beeinträchtigte nicht nur seine Gesundheit, sondern ließ auch Bedenken hinsichtlich seiner Zukunft in der Unterhaltungsindustrie aufkommen, in der er seit vielen Jahren tätig ist. Eine schwere Mittelohrentzündung, auch chronische Mittelohrentzündung genannt, ist eine Erkrankung, die durch eine langfristige Entzündung des Mittelohrs verursacht wird. Dabei handelt es sich um eine Krankheit, die zu Schmerzen und Unwohlsein führen und, wenn sie nicht umgehend behandelt wird, das Gehör und andere Ohrfunktionen beeinträchtigen kann. Für jemanden wie Günther Jauch, dessen Arbeit und Alltag von Konzentration und guter Kommunikation abhängt, können schwere Ohrenentzündungen große Hindernisse darstellen. Günther Jauch musste sich vielen Tests und Behandlungen unterziehen, um seinen Zustand unter Kontrolle zu bringen. Dies erforderte von ihm nicht nur Geduld und mentale Stärke, sondern auch die Unterstützung seiner Familie und medizinischer Fachkräfte. Diese Krankheit verursacht nicht nur körperliche Schmerzen, sondern beeinträchtigt auch seine Psyche. Als berühmte Person, die häufig im Fernsehen auftritt, steht er unter großem Druck seitens der Öffentlichkeit und der Medien. Als seine Krankheit öffentlich wurde, äußerten viele Fans ihre Besorgnis und wünschten ihm gute Gesundheit. Diese Unterstützung wurde für Günther Jauch während seiner Behandlung zu einer großen Quelle der Ermutigung. Dennoch musste er sich mit der Realität auseinandersetzen, dass schwere Ohrenentzündungen seine Arbeit und Lebensqualität beeinträchtigen könnten. Dies hat ihn und seine Umgebung dazu veranlasst, ihre Pläne zu überdenken und ihre persönlichen und beruflichen Aktivitäten an seinen aktuellen Gesundheitszustand anzupassen. Während Günther Jauch seine Behandlung und Genesung fortsetzt, braucht er nicht nur Geduld und Kraft von sich selbst, sondern auch Mitgefühl und Unterstützung aus der Gemeinschaft. Der Umgang mit dieser Krankheit ist für ihn eine große Herausforderung, aber die Liebe und der Respekt von Fans und Kollegen können ihm helfen, diese schwierige Zeit zu überwinden. Günther Jauchs Geschichte erinnert an die Fragilität der menschlichen Gesundheit und die Bedeutung rechtzeitiger Pflege und Behandlung. Es unterstreicht auch die Notwendigkeit sozialer Unterstützung und Verständnis für Menschen, die vor ernsthaften medizinischen Problemen stehen. In der Zwischenzeit hoffen wir alle, dass sich Günther Jauch bald erholt und weiterhin mit der Leidenschaft und dem Enthusiasmus, die er immer mitbringt, einen Beitrag zur Unterhaltungsbranche leisten wird. Als Mann mit großem Einfluss in der Medienbranche hat Jauch in seiner Karriere große Erfolge erzielt, unter anderem mit Gameshows wie »Wer wird Millionär?« zu berühmten Talkshows. Doch während ihm die Arbeit schon immer Leidenschaft und Erfolg beschert hat, ist die Liebe ein unverzichtbarer Aspekt seines Privatlebens. Für Jauch ist die Liebe nicht nur ein wichtiger Teil seines Lebens, sondern auch eine große Motivation. Er und seine Frau Thea haben eine lange und glückliche Ehe hinter sich, in der sie sich bei jeder Herausforderung gegenseitig teilten und unterstützten. Allerdings erfordert die Arbeit viel Engagement und Zeit. Jauch muss oft von seiner Familie getrennt sein und Tag und Nacht arbeiten, um sich auf Fernsehsendungen und Veranstaltungen vorzubereiten, was ihn manchmal gestresst und müde macht. Die Entscheidung zwischen Liebe und Karriere ist keine leichte Sache. Während seine Karriere ihm Ruhm, Erfolg und breite Anerkennung einbrachte, war die Liebe ein wichtiger Trost und eine Inspiration, die ihm half, Schwierigkeiten im Leben zu überwinden. Diese Entscheidung wirkte sich nicht nur auf Jauchs Privatleben aus, sondern auch auf die Art und Weise, wie er seine berufliche Zukunft sah und ausrichtete. Dabei muss Jauch viele Faktoren berücksichtigen. Er muss abwägen, ob es das Risiko wert ist, die Nähe und Unterstützung seines Partners zu verlieren, wenn er sich weiterhin seiner Arbeit widmet. Gleichzeitig muss er auch darüber nachdenken, ob die Liebe genug Kraft hat, um ihn aus der Spirale seiner Karriere herauszuholen und ihm zu helfen, Balance und Glück in seinem Privatleben zu finden. Bei Jauchs Wahl geht es nicht nur um weitermachen oder aufhören, sondern auch um die Bestimmung des wahren Wertes des Lebens. Er steht vor der Frage, ob er seine Fernsehkarriere fortsetzen kann, ohne auf die Liebe zu verzichten, oder ob er einen Weg finden kann, beide Elemente harmonisch zu verbinden, um sowohl beruflich als auch privat zufrieden zu sein. Letztendlich werden Jauchs Entscheidungen seine persönlichen Werte und Prioritäten widerspiegeln und Einfluss darauf haben, wie er seine Karriere weiter aufbaut und seine Liebesbeziehungen pflegt. Es ist eine Entscheidung, die nicht nur auf der Vernunft, sondern auch auf Emotionen und den tiefen Bedürfnissen des Lebens basiert. Was auch immer das Endergebnis sein mag, das Wichtigste ist, dass Jauch einen Weg finden muss, seine Leidenschaften und seine Liebe zu vereinen und gleichzeitig weiterhin ein sinnvolles und glückliches Leben zu führen. Die Reben erstrahlen in wunderschönem Grün, jede Traube reift und sieht saftig aus und macht die Landschaft des Weinbuts Otegraven in Kanzem an der Saar so eindrucksvoll. Günther Jauch, der so viel Liebe in den Weinbau steckt, freut sich auf jeden Fall, wenn seine Leistungen so glänzen. Die Rebe mit ihren prallen Fruchtbüscheln ist nicht nur ein Symbol für die Sorgfalt und Leidenschaft, mit der Günther seinen Beruf ausübt, sondern spiegelt auch die Liebe und Hingabe wider, die er für seine Ehe mit Thea empfindet. Die Sorgfalt, die Günther dem Weinstock schenkt, ist die gleiche wie die Sorgfalt, die er seiner Beziehung zu Thea schenkt. Freundschaft und Liebe in einer Beziehung müssen wie Weinreben ständig gepflegt und gepflegt werden. Beziehungen basieren nicht nur auf natürlicher Zuneigung, sondern erfordern auch Sorgfalt, Aufmerksamkeit und Anstrengung, um sie aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Günther und Thea eine besondere Entscheidung trafen und betonten, wie wichtig es sei, ihre Beziehung aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. Günther und Thea kümmern sich nicht nur darum, dass die Reben wachsen und Früchte tragen, sondern arbeiten auch unermüdlich daran, ihre Beziehung frisch und voller Leben zu halten. Diese Entscheidung spiegelt nicht nur das Engagement und die Liebe wider, die Günther für Thea empfindet, sondern zeigt auch Reife und Verständnis dafür, wie sie den Herausforderungen des Lebens begegnen. So wie die Reben gepflegt und bewirtschaftet werden müssen, um optimale Ergebnisse zu erzielen, muss auch die Beziehung zwischen Günther und Thea gepflegt und aufrechterhalten werden, um dauerhafte Harmonie und Glück zu erreichen. Der Konsens und die Bemühungen beider führen nicht nur zu schönen Ergebnissen in ihrem Privatleben, sondern spiegeln auch den Erfolg in ihrer Arbeit und ihrem gemeinsamen Leben wider. Am Ende ergab die Kombination aus Liebe zur Arbeit und Liebe zueinander eine wunderbare Harmonie, die Günther und Thea dabei half, ein sinnvolles und glückliches Leben aufzubauen. So wie die Reben Pflege brauchen, um süße Früchte hervorzubringen, so braucht auch ihre Beziehung Pflege, damit sie ein Leben lang wächst und glänzt. Die besondere Entscheidung, die sie getroffen haben, ist ein Beweis für die tiefe Liebe und Hingabe, die sie füreinander empfinden, eine perfekte Kombination aus persönlicher Liebe und Leidenschaft für die Arbeit. Die berühmte TV-Show, Wer wird Millionär? Unter der Leitung von Günther Jauch ist es für das Publikum, das Quizshows liebt, kein Fremdwort mehr. Mit einer beeindruckenden Karriere und großer Popularität ist Günther Jauch nicht nur als Moderator bekannt, sondern beeindruckt auch durch sein buntes Privatleben. Kürzlich teilte er interessante Informationen über seine Arbeit außerhalb des Fernsehens im Zusammenhang mit der Verwaltung des Familienbesitzes mit. Nach Informationen der Neuen Post widmen sich Günther Jauch und seine Frau Thea immer mehr dem Tagesgeschäft des Gutshofs, eine Tätigkeit, die sich stark von der Arbeit im Fernsehen unterscheidet. Konkret verriet Günther Jauch, dass er und Thea derzeit durchschnittlich etwa eine Woche pro Monat mit Arbeiten auf ihrem Anwesen verbringen. Dies ist keine geringe Zahl, insbesondere im Vergleich zu der Zeit, die sie für Fernseharbeiten aufwenden. Dies zeigt eine Veränderung in ihrem Zeitmanagement und der Priorisierung anderer Aktivitäten als der Fernseharbeit. Günther Jauch beschreibt, dass er und seine Frau mittlerweile als Auslandsbüro für das Weingut fungieren, was darauf hindeutet, dass es sich bei ihnen nicht nur um Leitende, sondern um tatsächliche tägliche Arbeit im Betrieb handelt. Dazu gehören die Bearbeitung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Weinproduktion und dem Weinvertrieb, der Finanzverwaltung sowie Aufgaben im Zusammenhang mit der Pflege und Instandhaltung des Weinguts. Günther Jauch und Thea haben durch ihre intensive Einbindung in das Geschäft bewiesen, dass sie nicht nur TV-Stars, sondern auch engagierte Geschäftsleute sind. Sie betrachten diesen Job nicht nur als Einnahmequelle, sondern auch als wichtigen Teil ihres Lebens. Während die Fernseharbeit ein wichtiger Teil ihres Lebens bleibt, zeigt die Leitung des Weinguts und des Weinguts eine andere Seite von Günther Jauch, die Hingabe und das Interesse an persönlichen Projekten. Diese Enthüllung steigert nicht nur die Bewunderung der Fans, sondern zeigt auch die Vielfalt im Leben und in der Karriere eines der prominentesten Gesichter im Fernsehen. Günther Jauch und Thea sind nicht nur Fernsehstars, sondern auch erfolgreiche Geschäftsleute, und ihre Balance zwischen Fernseharbeit und Nachlassverwaltung zeugt von ihrer Fähigkeit, Zeit und Aufmerksamkeit zu verwalten. ...intensität in die Rolle des Mentors von Blade einbringen. Doch inmitten dieser kolossalen Möglichkeiten bleibt Keanu seinen einzigartigen Weg treu. Er begnügt sich, nicht damit, nur ein Filmstar zu sein, sondern begibt sich auf unerforschtes Terrain. Einen Roman gemeinsam mit China Mirwell zu schreiben? Das ist ein mutiger Schritt, der perfekt zu seiner rätselhaften Persönlichkeit passt. Ihre Zusammenarbeit The Book of Elsewhere verspricht eine faszinierende Mischung aus Geheimnis und Intrige, die Keanos eigene Aura widerspiegelt. Und nicht zu vergessen sein Ausflug in die Welt der Comics mit BRZRKR. Eine Geschichte über unsterbliche Krieger, die seine Faszination für unbezwingbare Helden widerspiegelt. In typischer Keanu-Manier spielt er die Bedeutung seiner Bemühungen herunter, indem er einfach seine Liebe für die Welt von BRZRKR zum Ausdruck bringt und hofft, dass die Leser seine Begeisterung teilen werden. Es ist diese Bescheidenheit und echte Leidenschaft für das Geschichtenerzählen, die ihn bei Fans auf der ganzen Welt beliebt macht. Was die Zukunft angeht, so sind die Möglichkeiten so grenzenlos wie Keanos Geist. Ob er nun Regie führt, produziert oder neuen Projekten seine Stimme leiht, eines ist sicher. Der Überraschungsmoment wird immer im Mittelpunkt seiner Reise stehen. Welcher ist Ihr Lieblingsmoment mit Keanu Reeves auf der Leinwand? Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören. Doch nun ist es an der Zeit, sich zu verabschieden. Bleiben Sie dran, bis das nächste spannende Kapitel beginnt, um weitere Abenteuer mit Keanu Reeves zu erleben. Bis zum nächsten Video. Respekt und eine unerwartete Verbindung zwischen zwei der berühmtesten Figuren der Unterhaltungsbranche. Heute werfen wir einen Blick auf das Leben und die Karriere der Comedy-Legende Don Rickles und decken eine Beziehung auf, die über die Bühne und die Leinwand hinausgeht. Don Rickles ist bekannt für seinen scharfen Verstand und seinen beißenden Humor. Sein Stil war kühn, furchtlos und oft umstritten, was ihm den Titel Mr. Warmt einbrachte. Ein ironischer Scherz. Doch hinter der Fassade des Beleidigungskomikers verbarg sich ein Mann mit tiefer Loyalität und Zuneigung, insbesondere zu seinem Freund Johnny Carson. Auf Sendung waren ihre Interaktionen eine Meisterklasse in komödiantischem Timing und gegenseitigem Spott. Hinter den Kulissen teilten Carson und Rickles einen tiefen Respekt und eine echte Freundschaft, die Jahrzehnte andauerte. Erforschen Sie mit uns die überraschende Tiefe seiner Beziehung zu Johnny Carson und entdecken Sie den Mann hinter dem Lachen, ein Zeugnis für die zeitlosen Bande, die Comedy schaffen kann. Don Rickles, der Mann hinter den Lachern. Don Rickles wurde in den wilden Twentier-Jahren geboren.